Schnee-Chaos heute Morgen in NRW. Auf vielen Straßen und Autobahnen ging zeitweise gar nichts mehr. Rund 20 Zentimeter Neuschnee machte den Auto und vor allem den Lkw-Fahrern zu schaffen. Die Räumdienste mussten sich durch rund über 600 Kilometer Stau hindurchkämpfen, um die Straßenverhältnisse zu verbessern. Auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe mussten die Auffahrten teilweise gesperrt werden, weil Feuerwehr und Polizei damit beschäftigt waren, festgefahrene Lkw zu befreien. Zahlreiche Einsatzkräfte sind auf den Straßen aktiv, um die Situation in den Griff zu bekommen. In der Nacht sind weitere Schneefälle für NRW angekündigt, sodass auch am Morgen wieder mit erheblichen Behinderungen auf den Straßen zu rechnen ist. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rechnen jetzt schon mit weiteren witterungsbedingten Einsätzen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rechnen ist ein paar Witter, die Feuerwehr und Polizei rechnen ist ein paar Witter. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rechnen ist ein paar Witter.